So, hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von, ja, was wohl, Let's Play Dark Void, los geht's. Sieben Wochen später. Was soll ich, äh, was soll ich, ach, das Ding hier, kein Problem, Leute, wird erledigt. Oh, hier geht's ziemlich ab, also jetzt sind wir wohl auf so einer Hauptmission mit ziemlich vielen Gefangenen, die wir retten sollen. Ähm. Ich geb mir Mühe, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, na, wo ist er denn, hier, da, 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 da. Oh, da ist wieder ein Ritter. Oh, ich mag euch nicht, ihr Viecher. Ich glaub, ich hab ihn. Wo muss ich denn jetzt hin? Wow, wow, wow. Ach, den hier noch. Okay, das geht relativ flott. Muss an meinen Skills liegen. Müssen wir da runter? Ich weiß nicht. Vernichte die übrigen bla 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 bla. Kein Problem, Leute. Kein Problem. Ich mach das täglich. Aber ihr könntet mir helfen. So ist es nicht. Okay, die Ritter explodieren in einem riesigen Badabumm. Das gefällt mir. Das ganze Spiel gefällt mir. Es gibt fast nichts, was mir nicht gefällt an dem Spiel. Boah, die sollen mich mal in Ruhe lassen hier. Was hab ich euch denn getan? Noch gar nichts, soweit ich weiß. Einer noch. Hinter mir. Typisch, wieder ein Ritter, ey. Geht's hier jetzt runter? Ich denk mal. Jo. Würde ich sagen, auf geht's. Let's help our people. Bams und Bams und Die Effekte sind grandios, wie gesagt. Jawohl. In Deckung. Die sind nicht gerade freundlich. Aber ich auch nicht. Komm, zeig deinen Kopf. Zeig ihn. Komm, zeig ihn. Na, ich mach dir nichts. Sehr gut. Okay, wieder in Deckung. Und rüber da. In deinen Rücken. Oh nein, nicht die Viecher. Nicht die Viecher, nicht die Viecher, nicht die Viecher. Spreng niemand anderen weg. Das sieht mir schon sehr nach so einer Final Mission aus. Also nicht die Finale insgesamt, aber so eine, äh, ja, so eine ziemlich spät Mission. Aua. Jo, das war mein Fehler. Sorry, Leute. Da bin ich von den Knöpfen aus Versehen gerutscht. Also sieht mir aus, nach so einer Mission, die zum Ende hin arbeitet. Wenn wir schon so hunderte befreien, dann wird das wohl so eine sein. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass das hier noch eine der Anfangsmissionen ist, aber anscheinend sollte das Spiel ja nicht ziemlich groß sein. Deswegen nehme ich einfach mal an, dass es relativ schon am Ende ist. Schießen wir mal hier aus der Deckung. Aber ich habe noch nicht alle Waffen gefunden, also zwei Waffen muss ich noch finden. Und ich hoffe auch, dass ich alle finden werde. Was ist das? Ah, das ist Raketenwerfer. Nioh und Nioh. Da ist noch einer. Jetzt nicht mehr. Oh, 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 oh. Ein Ritter. Typisch diese Scheißviecher. Oh, in Deckung, in Deckung. In Deckung. Ups. Viel Leben sollte der ja nicht mehr haben. Hoffe ich zumindest. Komm, explodier. Jawohl. Noch ein Ritter? Ne. Okay, da seht ihr es. Da hat es seinen Arm weggefetzt. Wow. Was ist das denn? Oh, so ein Vieh. Okay. Die hatte ich ganz vergessen. Steuerungseinheit draufgeschissen. Oh, das Vieh wäre jetzt darunter gefallen. Okay, da gehe ich gleich hin. Ich habe da noch was gesehen, was ich will. Und die Musik ist ziemlich laut. Ich weiß nicht, ob man mich noch hören kann. Epic Music. Oh, dann würde ich sagen, ähm. Sollen wir es wagen? Yo. Was geht jetzt ab? Was ist das? Was? Was geht hier ab? Will? Du bist auf deinem eigenen für ein bisschen. Ja, toll. Ich schieße auf das Türschloss. Habe ich doch. Ah. Öfter. Schematik indiziert, Nein, hoch. Was ist das für eine Waffe? Kenn ich die? Also, wenn sie mir schon anbieten, die... Nee, komm. Let me try this. Ich weiß nicht. Doch, ich nehme die einfach. Komm. Wenn sie es mir schon anbieten, mit voller Muni, dann nehme ich die auch. Wow. Nein, ich nehme die andere. Nein. Oh, fuck. Jetzt ist hier die Tür zu. Ist ja geil gelöst, Leute. Boah, ich hasse diese Viecher. Komm. Geh drauf. Okay, alle weg. Alle weg. Ich hasse sie. Was ist denn hier oben? Ist hier noch was? Journal oder... Irgendwas? Nö. Beschafft ihr Zutritt zum Herzen des Gefängnisses. Nice. Nice. Ja, sag ich auch. Ja, hier gibt's nix mehr. Dann gehe ich mal zum Herzen. Oder was ist hier? Was? 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 Nee, ich glaube, ich muss hier lang. Äh, zwei Wege? Nee, ein Weg, gell? Ja. Ich passe hier. Ich passe hier. Was du willst finden, ist die zentrale Containergebung in der Karte der Präsenz. Okay. Ich schieße auf das Türschloss. Oh Gott. Journal. Ja, das sieht schon just epic aus. Da ist auch schon wieder ein Gegner. Okay, dann mache ich das doch mal. Mit Skill. Wo ist denn das Ding? Ist das weiter oben? Ich denke mal. Weit ist es nicht mehr. Ähm. Hier. Ja. Und da hinten noch. Ihr kriegt mich doch eh nicht. Lasst's gut sein. Boah. Hey. Also ich lasse die hier einfach mal leben. Ist mir ja egal. Ach, da geht's noch weiter, ne? Schöne Idee. Lasst mich. Wo ist denn der? Ich glaube da oben. Ich bin mir da nicht sicher. Wo? Überlegen, Leute. Überlegen. Was ist mein Auftrag zu stillen? Die Steuerungseinheiten um den bla bla bla. Ach so, das Ding hier. Okay. Dann befreit doch mal die Gefangenen. Gleiches Drill. Hier? Ne, wo? Get down, hat er gesagt. Also runter. Also dahin. Oder weiter oben. Es zeigt's mir auch nicht an, also. Ist ein bisschen gemein. So, ich nehm' wieder die Waffe. Jetzt wo? Get down. Aber ich bin schon ganz unten gewesen, also. Ich hab' ja auch keine Karte, oder so. Wahrscheinlich stell' ich mich grad' super doof an, und ihr wisst alle, wo's lang geht. Aber Wenn man spielt, ist es immer noch mal eine Stufe. Blöder. Get down. Ja, ich bin unten. Okay. Da drauf vielleicht? Ne. Äh, hier vielleicht. Ne, hier hat's ja keine Dinger. Ich geh' jetzt einfach mal runter, so. Ich weiß nicht. Ähm. Weiß nicht. Ich weiß es echt nicht. Also, das ist die falsche Richtung. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Ähm. Ha, da unten. Wie komm' ich jetzt da runter? Schieße die sich, äh, bewegenden Energiekerne ab. Um. Sich bewegenden Energiekerne. Ab. Die sich bewegenden Energiekerne. Die sich bewegenden Energiekerne. Hm. Sorry, Leute. Ich, äh, bin grad' überfragt. Tut mir leid. Schieße die, die, schieße die sich bewegenden Energiekerne ab, um den zweiten Kern des Generators zu. Oh. Okay. Da ging's runter. Keine Fragen mehr. Wo ist der nächste? Wo ist der nächste? Ähm. Den hab' ich. Den da. Wo ist der nächste? So. Okay. Okay. Und wieder nach unten. Okay. Continue on down, Will. Only one left. Copy that. Oh, no. Ach, wisst er, was? Und bumm. Wo ist der? Ach, da. Und bumm. Wo muss ich jetzt hin? Ich glaub', kommen da rein. Will. Take the access shaft at the bottom to get to the lower hangar. We'll pick you up there. Okay. Wo ist der? Da? Ah, okay. Okay. Nochmal ein bisschen Baller-Action hier. Aber wisst ihr, warte. Ich hab' keinen Bock auf euch. Ich hab' keinen Bock. Keinen Bock hab' ich. Ah, war da ne neue Waffe? Hier, B. Was ist das? Ach, du Scheiße. Das ist so ne Art Granate. Mal gucken, ob die hier neue Waffen hatten. Aber ich glaub's ja nicht. Guck mal, da liegen Waffen. Aber wenn ich da draufgehe, zerbrutzelt's mich. Nee. Kein Bock. Ja, dann ist der Part auch schon fast wieder vorbei, Leute. Also. Geiler Part, muss ich sagen. Energiekerne. Ach, geh auf. Waffenkiste. Kann ich was upgraden? Nee, hab' immer noch nicht genug. Kann ich bei der was upgraden? Nee, nicht genug. Okay. Will! Oh Mann, du hast mich angefangen. Hey, hör' dich. Ich hab' versucht, diese Zellen öffnen. Lass mich sehen, was ich tun kann. Okay, jetzt muss ich auch noch die Zellen öffnen. Was ist das? Drücke, um das Schallpult neu zu verdrahten. Oh. Tja. So verdrahtet man neu heutzutage. Eingefangenen hab' ich. Den zweiten Gefangenen hab' ich. Neu verdrahten? Also. Ähm. Ich weiß nicht, wieso krieg' ich hier Munition? Ach, falls ich keine mehr hab', wahrscheinlich. Na, verdraht er mal. Das waren jetzt drei Gefangene. Noch einen? Ich glaub' ja nicht dran. So, Munition geholt. Sei gefährlich, du bist okay jetzt. Es ist ein Schaft oben da, das führt zu den Hanger. Ich bringe die Zellnern auf die Rückseite. Beide. Bleib' ihnen sicher. Okay. Er macht das schon. Ich hasse euch. Boah. Oh, ne neue Waffe. Nimm das Magnet auf die Schalltafel. Alter Schwede. Beide. Beide, die Hanger ist heiß. Die Schallpulte sind in der Mitte. Wie geil ist das denn? Begib' dich zum Hangar. Da runter, da runter. Ohne Witz. Oh, der ist gut. Okay. Wo sind denn die Bösen? Alter Schwede. Explodiert der? Ne, der zerfällt zu Matsch. Ei, 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 ei. Ist mir auch recht. Boah, komm her, du. Ich bin matschig. Bämsen. Ziemlich laute Musik hier. Aber ich bin's ja schon gegeben. Und? Oh. Okay. Who cares? Ich bin doch nur so'n Vollidiot. Ähm, ich muss hier Stopp machen. Äh, der Part wird zu lang. Beide, der Hanger ist heiß. Die Wachter-Force ist in der Mitte. Genau. Beim nächsten Part geht's weiter. Hallo! Beim nächsten Part geht's weiter mit dem epischen Let's Play von Dark Void. Also freut euch. Und tschüss! Und tschüss!